Es gibt auch Geschwister, die da sind, die Erzeugnis ablegen. Ich rufe die Schwester Bersin. Ich rufe die Schwester Bersin, die der Herr geheilt hat von einer Krankheit. Jesus ist mein Freund, mein Freund von jeden Tag. Jesus ist mein Freund, mein Freund von jeden Tag. Jesus ist mein Freund, mein Freund von jeden Tag. Jesus ist mein Freund, mein Freund von jeden Tag. Jesus ist mein Freund, mein Freund von jeden Tag. Jesus ist mein Freund, mein Freund von jeden Tag. De tous les jours De tous les jours De tous les jours De tous les jours Alleluia Where is Frère? Frère Patience Frère Bernard Frère Bernard Frère William Frère William Que Dieu vous bénisse 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 Sans oublier Frère Chora et toutes les frères et soeurs Et ma grande famille de TV de Vie Et je sais déjà que Dieu m'a montré Où me traite les chrétiens On coupé les têtes Moi je m'en fure Je suis rebell pour Jésus Ich bin mein Freund, mein Freund von jeden Tag. Ich bin 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 mein Freund, mein Freund von jeden Tag. Ich bin mein Freund, mein Freund von jeden Tag. Wenn es junge Menschen gibt, die noch nicht verheiratet sind, auch Schwestern, seid nicht voreilig. Ihr seid nicht voreilig. Amen. Sie wissen, 2007 wurde ich operiert. Davor wurde ich 2002 auch operiert. Ich wurde reanimiert. Also der Herr hat mich wieder zum Leben gebracht. Auf der rechten Seite sollte ich operiert werden. Und der Arzt hat zehn Fibronen gefunden. Und ich wusste es nicht, als es wieder gut ging, hat der Herr Arzt mich gerufen. Dann bin ich zum Hausarzt gegangen. Und er hat mich angeschrien. Und ich wusste nicht, warum. Er sagte, du willst dich umbringen, hat er mich gefragt. Gott sei Dank. Gott sei Dank lebst du, aber weißt du, was passieren wird. Ich bitte um Verzeihung an Gott. Ich war verheiratet. Wenn ich die Ehe etwas ernstes mache, dann hätte ich es nicht so gemacht, wie ich es getan habe. Deswegen sage ich immer, ich gebe mir mein Rat zu Jugendlichen. Ich habe immer gesagt, ich würde Kinder machen, aber leider muss getrennt. Ich habe ein fräer Afrikan. Und dann kam mein afrikanischer Bruder. 2009 war ich verlobt. Und 2010 war ich da eine Stimme. Ich habe eine Stimme gehört. Ich habe eine Stimme gehört. Mach einen Bluttest. Und der Arzt sagte mir, du bist mutig. Und der Arzt sagte mir, du bist mutig. Ich wusste, ich habe keine Probleme mehr. Und er weiß, ich habe keine Probleme mehr. Und dann habe ich die Prüfung gemacht. Ich habe die Prüfung gemacht. Und die haben gesagt, wir werden den Blut testen. Die waren schockiert. Aber ich habe die Prüfung gemacht. Ich habe die Prüfung gemacht. Und dann habe ich die Prüfung gemacht. Aber ich habe die Prüfung gemacht. Die haben die Prüfung gemacht. Und er meinte mir, wie ist der alte Busfahrer? Ich bin Christ. Ich verurteile niemanden. Er meinte, es ist nicht schlimm. Aber ich werde dir jemandem anvertrauen. Einer meiner Freunde. Er muss in die Rente gehen. Ich bin gegangen. Und ich bin gegangen. Ab 2010. August 2010. Heut. Ich kam von ihm. Er war schockiert. Er hat panikt. Aber du hast nicht die Prüfung gemacht. Ich habe gesagt, ich habe einen Gott. Er ist schockiert. Und ich habe einen Gott. Ich habe einen Gott. Der weckt die Toten sogar auf. Ich wurde behandelt. Als ich wieder zurückgegangen bin, zwei Monate, es sind drei Monate, drei Monate. Ich bin wieder zurückgegangen. Es beginnt zu gehen, aber du hast einen Gott, du hast wirklich einen Gott, aber bitte weiter. Und danach? Ich bin, ich bin, ich bin eine Mockerie. Die Leute haben mich lächerlich gemacht. Ich bin schon krank. Ich bin wirklich krank. Es ist lang. Ich werde mich kümmern. Aber ein Tag, ich werde aber kurz sein, um zu geben, was Gott in meiner Welt getan hat. Aber eines Tages werde ich mein komplettes Zeugnis geben. Ich habe gesagt, Gott, schau mir, was ich bin, mein Vater, selbst wenn der Mensch mich entschuldigt, mein Gott, das ist in deiner Sprache, dass du nie entschuldigst, deine Kinder. Auch wenn die Menschen mich verlassen, aber in der Bibel steht, dass du, Herr West, mich niemals verlassen. Ich habe gebetet, die Schwester, die mich unterstützt. Im Gebet. Auch bevor ich dort betengang bin, dass ich verstanden habe, dass Gott gesagt hat, ich soll keinem Menschen vertrauen. Wenn du deinen Themen gibst, um zu beten, dann wird das wie eine Fahne. Die heben das hoch. Die Leute, die neu bequenziert sind, die kommen, die sagen, ah, der HIV. Ne l'approche pas. Nähd euch nicht, diese Frau. Die Leute, die ich brühe und schwester genannt haben, die haben mich lächerlich gemacht. Aber die hat mir immer Kraft gegeben. Ich hatte jemanden, die appellten, ich habe eine meiner Söhne, mein, mein, mein Père. Ja, die meine leibische Geschwisterin, ich habe gesehen, dass sie krank ist, dass sie HIV-positiv ist. an meine Familie. Und meine Geschwisterin hat pleuriert. Ich habe gesagt, die ist Gott. Meine Gleischwisterin hat geweint, aber ich meinte, ihr Gott ist lebendig. Er wird mich niemals verlassen. Und wenn ich da hingehe, der Arzt sagt, es wird immer besser. Ich sage immer, es ist okay. Ich habe gesagt, es ist okay. Ich habe gesagt, ich habe Medikament. Fr. François, pardon, ich habe es vergessen. Das ist okay. Sie sagt immer, das ist gut, aber nicht, dass sie sagen, das ist eine vorbereitete Heilung war. Eine Montage, nein. Also sie hat alles dabei, sogar die Medikamente, die sie konsumieren musste. Die Leute, die diese Karte kennen, sie waren HIV-positiv. Die mussten. Also sind drei Stück in der Packung. Wisst ihr, wie teuer das ist? Meine Curiosität, ich habe 3.700. 3.700. Die drei Dinge. 3.700. Damit wurde ich behandelt. Aber jetzt habe ich gesagt, warum kann ich nicht, ich kann nicht, ich kann nicht, ich kann nicht, ich kann nicht, mein ganzes Leben lang die solche Medikamente nehmen. Wenn ihr mir sagt, ich habe zweifelt, ich habe zweifelt, ich habe um Verzeihung gebetet, ich habe geweint, wegen Zweifel. Wir haben damit begonnen, da sind drei Stück drinnen, mit der Schachtel. Das haben die, also in Kombination mit der Schachtel hier. Und wenn ich das nehme, also wenn ich das einnehme zu Hause, dann kann ich mich nicht sagen, ich kann mich fachieren. Also wenn man mit mir spricht, einfach ohne Grund, dann werde ich aggressiv, also werde ich unter Drogen oder unter Alkohol. Ich habe gesagt, alles geht, alles geht, alles geht, alles geht. Ich habe gesagt, nein, ich muss es nehmen. Und die Ärzte arbeiten mit der Apotheke, mit Krankenhäusern zusammen. Und ich habe gesagt, okay. Ich werde es nicht mehr nehmen. Und der Arzt meinte, wenn du es nicht nimmst, dann wirst du sehen. Wenn du es nicht mehr einnimmst, dann gebe ich dir als Arzt nur drei Monate, dann wirst du sehen. Und wenn die Probleme steigen, dann wirst du sterben. Und dann meinte ich, ich werde sterben, weil Gott ist lebendig. Ich habe aufgehört. Wenn ich aufgehört habe, es sind zwei Minuten. Aber da bin ich fachet, ich habe gesagt, ich will nicht mehr zu ihm. Er weiß nichts. Nein, ich wusste nicht. Ich bin gegangen. Er hat gesagt, es gibt nichts, aber er hat nicht getan, was ich wollte. Ich habe zu meinem Vater noch mal einen Test gemacht und er hat nicht den Test gemacht, den ich haben wollte. Ich bin wieder verheiratet, der hat mir einen Mann gegeben, der das Wort kennt. Und wenn er das macht, er sagt, mein Mann hat gesagt, er hat einen Mann gesprochen und er meinte, ich möchte einen Test haben. du bist krank? Du musst den Papier und du musst ins Institut machen. Ich habe das Papier zerrissen. Ich habe das Papier zerrissen. Ich habe die Beweisung wahrscheinlich zerrissen. Ich habe die Beweisung wahrscheinlich zerrissen. Und ich meine zum Arzt, mach wieder einen Bluttest. Und wenn er immer sagt, wenn ich dein Sein nehme, wenn es etwas gibt, ich will dich nennen. Und er sagt immer, wenn ich mich teste, und wenn ich etwas im Blut finde, dann rufe ich an. Aber er hat nicht angerufen. Und mein Arzt sagt mir, lass den, der, der dich getestet hat, hat keine Ahnung, lass den. Im November 2016 müsste ich 25 Jahre alt werden. Und ich habe gesagt, 2017, ich bin deine Kreatur. Ich werde nicht in 2017 mit diesem HIV reingehen. Nicht. Ich habe gesagt, die Ärzte wollen, dass ich die Medikamente konsumiere. Das ist ein Problem. Aber was Sie sagen, das ist ein Problem. Das ist ein Problem. Wir sind hier gekommen. Wir sind hier gekommen. Wir sind hier zum Gebet. Der Bruder hat gesagt, er meinte, alle Ivorra, die nach vorne kommen. Er hat gebetet. Er hat gesagt, alle die Gäste sind egal, welche Maladie. Alle, die krank sind, sollen nach vorne kommen. Ich bin hier. Und ich bin hier. Und wenn Fräschora kam, er war in Berlin. Er war ein Tag. Und dann war er da. Gott hat mich auch gebetet. Er hat mich auch befreit. Es gab eine Maladie, ein Cancer. Ich hatte ein Uterus. Ich wusste es nicht. Ich schlaufe. Aber der Herr hat ihn auf dem Bad. Und Brüder hat mich gebetet mit der Frau her. Ich habe gesagt, ich habe mich gebetet mit der Frau her. ich habe mich gebetet mit der Frau her. Ich habe mich gebetet mit der Frau her. Ich möchte eigentlich von der Frau her. Aber heute sagst du, ist doch etwas anderes. Okay, es wird gehen. Der Bruder hat gesagt, wir werden prüfen. Der Bruder hat gesagt, die prüfen hat für dich, ich habe gesagt, ich habe gesagt, ich habe mich gebetet mit der Frau her. und ich habe mich gebetet mit der Frau her. Mein kleiner Bruder hier. Also er hat gesagt, sie soll nach vorne kommen und alles soll für mich beten. Und das Einzige, dem ich gesagt habe, was ich hatte. Und er hat gesagt, mach deine Mutter auf und sag ihm. Und ich habe immer gesagt, ich habe immer gesagt, Schwester Bertin, du musst reden, du musst reden. Und der Bruder hat gebetet. Und dann meinte, ist kein Problem, meine Schwester. Rechst du die Heilung von Gott. Und du musst bezeugen. Und ich habe schon einen Test gemacht alles ist gut aber trotzdem nimm weiter die medikamente du bist schon geheilt aber du zweifelst du aber du zweifelst aber du zweifelst immer noch ein kleines auch der kleinsten ich habe mich auch gebetet ich habe auch gebetet ich habe auch gebetet ich habe auch gebetet mein seigneur, ich tue dir ich glaube nicht ich habe zu lernen ich habe gesagt, du komprimier ich habe gesagt, du medikament du medikament so bye Frau Hebel ich habe gesagt ich habe angefangen zu singen zu Hause für meine Heilung und ich gehe die Frauen in der Rezeption fangen an zu lachen und ich sage, okay, es ist egal ich werde warten und ich gehe rein wir haben eine gute Nachricht für dich eine gute Nachricht wir verstehen nicht wir wissen nicht wo das HIV hingegangen ist hier ihr 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 Applaus 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 Onzafe, Jésus, tu es le commencement de la création de Dieu Onzafe, Jésus, tu es le commencement de la création de Dieu Tu es particulier avec tes œufs de flotte de feu Onzafe, Jésus, tu es le commencement de la création de Dieu Onzafe, tu es particulier avec tes œufs de... Oh, Jesus Muamae pubatae awekumbapa shiru ouanzandee kumbapae awekumbapa yesu kumbapae awekumbapa Omikafu 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 Oh, Maho Mikafu Oh, Maho Mikafu Oh, Maho Mikafu Oh, Maho Mikafu Le premier et le dernier C'est lui qui est, c'est qui est La parole manifestée Le premier et le dernier C'est lui qui est, c'est qui est La parole manifestée Il manque d'idées Oh, Mikafu Oh, Maho 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 Mikafu ihm gebührt die Ehre. Ihm alleine. Der allmächtige Gott. Das, was er tut, niemand kann es tun. Niemand anders sonst. Nur ihm allein gebührt die Ehre. Jesus, dein Name sei hoch erhoben. Danke, Vater. Danke, Herr. Die ganze Herrlichkeit gehört nur dir. Das ist meine kleine Schwester. Ich sage Danke für alle, meine Geschwister. Das, was ich euch sagen kann, wir haben nur ausgehört. Es ist nicht die Anzahl, das zählt. Egal was. Egal was die Leute sagen, egal welchen Kampf wir uns befinden. Schaut nicht nach hinten zurück. Nur an Jesus. Ich habe ein kleines Lied, kann ich singen? Es ist nicht die Anzahl, es ist nicht die Anzahl. Vous qui riez de moi, qui m'acquisez de tout, vous, amis de Satan, allez-vous en plus loin, car la joie que m'aide, Jésus m'aide-moi. Merci Seigneur. Alléluia. 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 Sie hat das Zeugnis auf dem Papier, schwarz auf weiß, sie hat es nicht gezeigt. Das sind die Papiere vom Arzt. Für die Leute, die zweifeln. Alléluia. 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 Alléluia.